Ja und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fuck Right Here. Euer Marco, euer Kaffeeonkel. Freut mich, dass ich wieder eingeschaltet habe. Dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind wieder in unserer Festung beim Giro. Und jetzt wollen wir mal durchstarten hier. Ja. Und heute wollen wir mal ein paar Glockentürme abfrühstücken. Ich hoffe... Und zwar hoffe ich doch alle auf einmal... Ähm... Moment, hab ich den da schon? Stopp, stopp, stopp. Den müsste ich schon haben, ja. Naja, ist ja gut. Und wir werden... Oder ich werde... Ähm... Wahrscheinlich ja nochmal ein bisschen zusammenschneiden. Eine bewaffnete Eskorte müssen wir noch machen. Ähm... Ich habe 23 Fähigkeitspunkte. Und ich kann die gar nicht einsetzen, weil vieles noch gesperrt ist. Ähm... Weil ich es natürlich mal wieder nicht in chronologischer Reihenfolge gemacht habe, was ich hätte machen sollen. Aber was... Aber was soll es? Ist auch nicht so schlimm. Das ist ja gut ausgestattet. Dann wollen wir mal fliegen hier durch die Nacht mit dem Girocopter. Sehr schön. jaja... Jaja... Warum nicht? Komm schon, ich will da runter. Aua. Aua. Tschau. Sehr schön. Aua. Und weiter geht's. Sehr schön. Sehr schön. Na. Ja. Jihau. Krups, krups. Muss ich denn hin? Ja, ob ich durch den Berg drüber komme, weiß ich noch nicht. Alter Schwede. Na komm schon. Ja, der Norden ist ziemlich hoch. Ja, der Norden ist ziemlich hoch. Ja, weiter, egal, komm. Ja, weiter, egal, komm. Ich will ja nur den Globenturm haben. Abwärts, 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 abwärts. Mist. Bin mal gespannt, ob wir den kriegen. Bin mal gespannt, ob wir den kriegen. Ja, ist ja gut. Ja, ja, aua. Aua. Penner. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, jetzt ist mir der Giro weggeflogen. Oh. Dreckspenner. Ja, komm her. Na, also geh doch. Da waren es nur noch zwei. Yeah. Pfeile, Bräunig. Toll. Super. Mein Giro ist da unten nicht mehr irgendwo abgeblieben oder so. Da ist noch eine Kiste. Die will ich noch haben. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, Glück im Unglück. Da ist er gelandet. Hö, hö. Er ist noch da. Na, komm. Sehr schön. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wir wollen uns den nächsten holen. Und zwar den hier. Und zwar den hier. Na, hoffentlich komme ich da über den Berg. Ich hoffe, ich hoffe es. Ich hoffe, er ist... Oh, oh. Shit. Wow. Nein. Oh. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Shit. Komm schon. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. 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 Ja, ja, wissen wir doch. Ja, ja. Bleib stehen, bitte. Schnauze. Sehr schön, vorletzter Glockenturm, hihah! Aua! Nein! Woah, shit happens! Egal, aber wir haben den Glockenturm. Wir haben den Glockenturm, darum geht es ja eigentlich nur. Sehr schön, wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt fehlt uns noch der hier. Jetzt bräuchte man wieder einen Girokopter, ne? Da würde ich sagen, wir machen eine Schnellreise. Ich mache mal hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Sehr schön. Den kann ich jetzt jedes Mal looten, oder was? Wahrscheinlich. Sehr schön. Aufwärts, yeah! Sehr schön und dann wollen wir uns mal den hier noch schnappen. Jihah! Jihah! Sehr schön. Und da unten ist so eine Insel. Mit so einem was auch immer. Sieht ziemlich cool aus. Muss man ja mal sagen. Sieht ein bisschen aus wie das Kloster von damals. Weiß ich gar nicht, oder? Ja, heilt doch die Klappe. Kann ich den eigentlich aus der Luft holen? Ja, komm schon, du Penner. Da werden wir nicht so sicher. Ja, komm schon. Ja, weiter Druck! Ja! 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 Ja, also geh doch! Ja, dann sei doch da! Ja! 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 Ja, komm schon. Aua! Ja. Wir kommen von nüten! Ja dann komm doch mal, Luas! Shit! Shit, 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 shit! Runter! Aua! Komm schon! Komm schon! Scheiße, das gibt ne Materialschlacht, verdammt! Komm schon! Fuck! Na komm! Shit! Deckung, schnell! Shit, mir gingen gleich die Heilspritzen aus wahrscheinlich. Fuck! Das war keine gute Idee! Verdammt! Ciao! Penner! Haltet eure Position! Ugh! Ich werde die nicht ausweiten! Oh oh! Ich werde's wahrscheinlich nicht überleben. Komm schon! Hochheelen! Ich bringe dich um! Jagger ist ja gut! Penner! Komm schon! Ich werde dich ausweiten! Ja, geh doch mal. Runter. Echt bist du das. Ja, bin doch da. Was ist er denn? Wir finden den Deckung. Kommt, wir finden den Deckung. Ciao. Lade nach. Das scheißegal, wo du herkommst. Verdammt. Verdammt. Scheiße. Fuck. Shit. Das war keine gute Idee. Komm schon. Na, echt wahr? Na, na, komm her. Penner. Ist gar nix vom Rohr. Du hattest Gel vom Rohr. Na, also geh doch. Nachladen. Lade nach. Komm schon, lade nach. Lade nach. Oh, oh. Lade nach. Komm schon. Lade nach. Lade nach. Sniper. Lade nach. Komm schon. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Oh, heilen. nochmal und nochmal und nochmal komm schon da ist der Penner na also geh doch hui war das knapp alter Schwede alter war das knapp hei 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 na also geh doch huiuiui wir das wäre ja dann wohl nur ich oder alter Schwede sehr schön die meisten haben wir mal gelootet ja wo muss ich hier doch einkaufen können da oben naja sehr schön sehr schön sehr schön weiter geht's Kiste wenn ich jetzt nur wüsste ob mein Schirokopter noch da ist ich bin ja hier irgendwo gelandet aber ich glaube der ist weg ne shit happens ja komm die letzten Ausposten können wir uns auch so holen ach so na komm jihau sehr schön auch noch zu kämpfen möge sein Licht sie alle erleuchten naja ein Diktator wird halt einen Freiheitskämpfer immer als Terrorist bezeichnen aber wann ist ein Freiheit wann ist ein Terrorist ein Terrorist und wann ist es in Wahrheit ein Freiheitsgegner äh ein Freiheitskämpfer kannst du manchmal nicht wirklich unterscheiden ne jihau komm schon an alle Mitglieder der Royal Army an meinen Außenposten hier spricht Pagan Mini eure Leistungen sind zur Zeit mehr als wow 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 alter glaubst du Penner Oberpenner Kisten ja komm schon na auf geht's wo sind sie denn es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Hau nicht warum nicht echt oh ja ah okay kann ich dich da irgendwie rauslassen ja keine Kiste hm na dann eben nicht alter vielleicht bin ich auch nur blind wie gesagt wenn ihr das lesen wollt einmal bitte auf Pause drücken danke ja 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 den brauchst du ja auch nicht mehr lange anzuhören nur keine Angst äh äh und die Straßküberrafen sind pflichtig möge Pagan den pflichtigen alle erneuten wo muss ich denn hin ich kann den Haken nicht lösen sterben wollte ich nicht dabei eigentlich okay jetzt sind wir mal hier ach du Heilige na 7 mal da rüber ja genau hm ah was haben wir denn hier außenrum vielleicht na sehr schön hoch da es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale hü 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 together i hü 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 vi hü hü h martin hü Gehört doch nicht. Alter. Na? Na komm. Gehört doch nicht. Echt wahr? Sehr schön. Da rum. Ist der letzte so tricky, hä? Geh bitte nicht. Oh. Da hoch. Alter. Ja komm schon. Kiste. Oh. Da geht es nicht weiter. So. Yeah. Letzter Außenposten. Jihau. Äh. Glockenturm. Meine ich natürlich. Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Ja. wir haben die komplette karte aufgedeckt meine lieben freunde ja es bleibt nur noch ein paar außenposten übrig die holen wir uns nach und nach noch aber okay kann ich brauchen doch kann ich brauchen sehr schön und dann wollen wir mal dann wollen wir mal dann wollen wir mal was haben wir denn in der nähe wir haben den hier sehr schön gucken wir uns mal an was es neues gibt da sehr schön sehr schön kaufen und anpassen ich glaube ich muss hierbei einzigartiges gucken die da weiß ich gar nicht was das ist ripper die brauche ich eigentlich nicht sowieso nicht was müssen wir machen kammer level 6 level 2 level übrig okay ach so dann kriege ich die erst okay m m m m m m m m da ist es doch ist die teuer halter scheissendreck 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 ja ist ja gut sehr schön ja meine lieben freunde und das war's wieder von dieser folge von let's play far cry 4 ich freue mich dass ihr dieses mal wieder eingeschaltet habt bis zum nächsten mal have a nice day ciao ciao war寒ig war 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 oh war 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 Untertitelung des ZDF, 2020